Meine Freunde sind homosexuell, meine Freunde sind alle kriminell. Sie ficken sich ganz einfach so gegenseitig in den Po und das macht ihnen auch nur Spaß. Ja, dürfen die das? Ja, dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Ist das tatsächlich erlaubt? Kann ich das bitte schriftlich haben, weil mir nachher keiner glaubt? Ja, dürfen die das? Meine Freunde stehen auf S&M, meine Freunde sind nicht gerade verklemmt. Sie bleiben tagelang zuhause, peipschen sich gegenseitig aus und sie zerschneiden sich mit Glas. Ja, dürfen die das? Ja, dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Ist das tatsächlich legal? Es geht mich eigentlich nichts an, aber ich wüsste gerne mal. Ja, dürfen die das? Meine Freunde glauben nicht an Gott. Meine Freunde gehören aufs Schafott. Sie leugnen seine Existenz, sind totale Satan, Fenster, ein Asch, die Tranz, der andere was? Ja, dürfen die das? Ja, dürfen die das? Ist das nicht irgendwie verboten? Wird man dafür nicht bestraft? Was ist das bloß für eine Welt, in der man solche Sachen darf? Ja, dürfen die das? Ja, dürfen die das? Ja. Ja. Und diese schaffte noch sehen, dann haben sie dort eine pleine O Bug Motor gesessen.